Heute möchte ich dir wieder ein Buch vorstellen und zwar von der Cordula Nussbaum Familie Alltag sicher im Griff. Wenn dir das Video gefällt ist auf alle Fälle einen Daumen nach oben Button da und vergiss heute unten meinen Kanal zu abonnieren, denn bei mir gibt es jede Woche ein neues Video rund um die Themen Aufräumen, Organisieren und Strukturieren. Die Cordula Nussbaum hat schon mehrere Bücher geschrieben zu den verschiedensten Themen und da steht hinten drauf die Autorin Cordula Nussbaum, freiberufliche Wirtschafts- und Marketingjournalistin, berät seit Jahren in Seminaren und persönlichen Coaching zu den Themen Karriereplanung, Work-Life-Balance sowie Zeit- und Selbstmanagement. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder. Soviel zur Autorin. Der GU-Verlag finde ich bereitet zur Ratgebe immer sehr gut und übersichtlich auf. Zum anderen sind nicht allzu viele Kapitel drinnen, zum anderen sind die Kapitel immer sehr schön auch farblich unterteilt. Und was mir am meisten gefällt ist immer, dass es vorn im Umschlagbereich praktisch noch so ein extra Platz gibt. Da gibt es meistens zusätzliche Infos oder Tests und in dem Fall da ist zum Beispiel drinnen die wahre Bedeutung eines Neins, das findet man auf der Innenseite und wenn man es dann weiter aufschlagt, ist da ein Kurztest drinnen mit Beschreibung, welcher Denker das man ist. Ein Linksdenker, ein Rechtsdenker oder ein beidseitiges Gehirndenker. Das war kein Deutsch, aber ein beidseitiges Gehirn, ob man sowas eben hat. Und in dem Buch wird auch eingegangen drauf, zwecks Ordnung und Struktur, Zeitmanagement, Planung und vieles mehr, ob man eben der Linksdenker oder der Rechtsdenker ist. Deswegen ist es ganz gut, wenn man im Vorhinein schon den Test macht, damit man dann ordentlich eingestimmt ist auf das Buch. Zum Buch selber, Hard Facts. Also es ist einmal ein weiches Cover, zumindest das, was ich habe zu Hause. Und es hat insgesamt 125 Seiten, die jetzt ohne Register aufgezählt sind. Es hat insgesamt vier Kapiteln. Die Kapiteln sind auch farblich untergliedert. Und zum ersten Kapitel zählt Unternehmen, Familie. Sie sind der Boss. Kapitel Nummer zwei ist dann Workflow Management, einfach mehr Zeit gewinnen. Kapitel Nummer drei ist Personalmanagement. Miteinander besser klarkommen. Und Kapitel vier ist Troubleshooting. Die Betriebsfeuerwehr im Einsatz praktisch zu Vorbereitungsmaßnahmen, vor es mir wirklich hart auf hart kommt. Und die Aufteilung der einzelnen Kapitel, die finde ich sehr interessant. Es ist sehr gut untergliedert. Es ist sehr verständlich geschrieben. Die Schrift ist wie bei den meisten Büchern im GU-Verlag sehr großzügig und sehr groß. Und ich weiß nicht, ob man das sieht, wahrscheinlich eher weniger. Jedenfalls gibt es da auch sehr viele kleine Tipps drinnen. Es gibt Beispiele drinnen von verschiedenen Personen. Also wirklich so Auszüge aus dem Leben anderer, wo das dann nochmal drin beschrieben wird, um sich damit zu identifizieren. Und im Großen und Ganzen finde ich es ein sehr nettes Buch, eine sehr gute Vorbereitung zu lesen, um einfach seine Dinge im Alltag, im Haushalt wieder in den Griff zu kriegen. Und auch vielleicht diese Rolle anzunehmen und zu sagen, ja, ich bin Familienmanager. Ich kümmere mich daheim um das Ganze. Und das sind die Aufgaben, die dazu gehören. Das kann ich so und so besser managen und für mich besser regeln, dass ich einfach wieder Zeit habe für mich. Also das ist wirklich um sich in diese Rolle einzufinden. Als Familienmanager. Was ich auch sehr gut finde, ist, dass wirklich auf verschiedene Aspekte eingegangen wird. Und da möchte ich auf alle Fälle eine Leseprobe jetzt da vorlesen. Und zwar, ganz wichtig natürlich, um seinen Alltag zu managen, braucht man gewisse Routinen oder Gewohnheiten. Das sorgt, ja, bei den vielen Managementbüchern wird das sowieso immer wieder erzählt. Aber auch als Familienmanagerin braucht man eben gewisse Gewohnheiten und Routinen. Und da steht zum Beispiel wöchentliche Gewohnheiten auf Seite 55. Planen Sie Arbeiten, die für einen reibungslosen Ablauf im Alltag nötig sind, wochenweise. Und schaffen Sie sich auch dabei Routinen. Zum Beispiel Montagvormittag einkaufen. Donnerstagabend Wäsche waschen und trocknen. Freitagvormittag Großputz machen und bügeln. Solche Verabredungen, die Sie in Ihren Terminkalender eintragen, entlasten Sie emotional erheblich. Und da gibt es natürlich noch viele weitere Tipps, die stehen auch mit Zeitaufwand. Da gibt es natürlich auch viele Tests in dem Buch, was ich auch sehr gut finde übrigens. Das habe ich jetzt angangs nicht erwähnt. Es gibt natürlich, wie schon gesagt, es gibt da auf der ersten Seite Tests, aber wirklich durch das ganze Buch ziehen sich verschiedene Tests durch. Und das ist im Großen und Ganzen einfach nur ein Bewusstwerden über seinen jetzigen Zeitablauf. Über seine jetzige Handhabung praktisch. Wie viel Zeit wende ich fürs Putzen auf, für dies, für jenes, fürs Prokrastinieren, fürs Nachdenken, vom Nix tun. Und wie komme ich dann dazu eben ins Tun, um die Dinge dann auch so umzusetzen, dass sie mir am Ende Zeitersparnis bringen und ich nicht das Gefühl habe, ich bin permanent überfordert, permanent gefordert und habe nie Zeit für mich, sondern so schaffe ich es dann auch wirklich Zeit für mich freizuräumen und die Dinge nachzugehen, die mir persönlich eben wichtig sind. Und da gibt es eben zum Beispiel Time-Batching, sagt man auf Englisch, oder Blöcke einplanen, Zeitblöcke festlegen im Kalender, beziehungsweise wie man eben Prioritäten setzt. Und was ich auch sehr gut gefunden habe, ist zum Beispiel auf Seite 59, da steht der Ordnungsgrad. Sie und Ihr Partner haben eine Vorstellung davon, wie sauber und ordentlich es in Ihrem Haushalt sein soll. Hohe Ansprüche stressen dabei doppelt. Menschen, die erst glücklich sind, wenn auch noch die Jalousien von innen gewaschen sind, brauchen mehr Zeit, um ihren Standard aufrecht zu erhalten als Menschen, die auch mal ein paar Tage mit Zahnpasta-Spritzern am Spiegel leben können. Und da geht es natürlich noch weiter. Und das finde ich sehr interessant, dass es auf dieses Thema natürlich auch eingegangen wird. Speziell auf Partnerschaftsthemen. Was ich auch zum Beispiel sehr interessant finde, wenn man zum Besitz kommt, und zwar mehr Zeit dank weniger Zeug auf Seite 79. Und da steht zum Beispiel, Der Mensch in unserer westlichen Zivilisation besitzt im Schnitt 10.000 Gegenstände. Die meisten Haushalte quellen über von Dingen, die sich die Familienmitglieder im Laufe der Zeit selbst gekauft oder geschenkt bekommen haben. Und das nicht nur in einer Ausführung. In der Regel haben wir vieles doppelt und dreifach. Und von Jahr zu Jahr werden es mehr. Schön, dass wir in einer Wohlstandsgesellschaft leben und so viele Dinge haben. Doch der Wohlstand bringt uns Sorgen. Er beschert uns unzählige Musttätigkeiten, die uns die Laune verderben und wie ein Mahnmal für unsere Faulheit stehen. Ich muss endlich gründlich Ordnung schaffen, stöhnen viele Menschen und tun nichts. In der Regel bleibt es beim halbherzigen Vorsatz und einem ständig wachsenden schlechten Gewissen. Der Abschnitt, der beschreibt wirklich ganz genau die Menschen, wie sie fühlen. Viele haben genau eben zu viel Besitz und haben eben dieses schlechte Gewissen, was immer wieder aufkommt zu wissen, ich muss endlich einmal gründlich Ordnung schaffen. Beschrieben ist in dem Buch auch, warum wir gerne besitzen. Oder aber auch zum Beispiel, da gibt es eine Info, die Schattenseiten vom Besitz, wie zum Beispiel Krempel, Gerümpel und ein zu viel an Besitz erhöht den Putzaufwand, kostet Geld, kostet Zeit, ermüdet Geist und Körper, schadet im Umgang mit anderen. Und unter jedem genannten Punkt stehen natürlich noch verschiedene Sätze. Also es steht wirklich extrem viel drinnen, sehr viel Wissenswertes, sehr viele kleine Beispiele und Tipps und ich würde einmal sagen, von Mutter zu Mutter geschrieben, weil es wirklich um den Familienalltag geht und man sich da wirklich viel abschauen kann. So halten Sie langfristig Ordnung zum Beispiel. Ja, es ist wirklich ein tolles Buch. Also ich habe das sehr genossen zum Lesen und da möchte ich auf eines möchte noch weiterkommen und zwar Kommunikation. Das ist nämlich auch ein Thema, das was ich gerne anspreche bei meinen Meetings oder bei meinen Kursen. Das, wenn man selber aufräumen möchte, was auch sehr klar und gut kommunizieren sollte mit der Familie, mit den Partnern, mit den Kindern, dass eben Änderungen bevorstehen und dass es nicht davon auszugehen ist, nur weil ich als Mutter was im Haushalt ändere, die Familienmitglieder automatisch das dann auch so umsetzen werden. Beziehungsweise wenn ich alleine aufräume, dass ich die Familienmitglieder auch direkt einführe in das neue System, wie die neue Ordnung ausschaut, wie jetzt da was weggeräumt werden soll, muss etc. Und auch da steht, das möchte ich eben wirklich explizit vorlesen, und zwar besonders Frauen tun sich schwer, eigene Bedürfnisse auszusprechen, weil sie selbst intuitiv ein Gespür für die Bedürfnisse anderer Menschen haben und sie erfüllen. Wann immer sie können, nehmen sie an, das müsse auch umgekehrt so sein. Das Leben nach der Devise, wenn man sich liebt, braucht man um nichts zu bitten. Sie gehen davon aus, dass die Mitmenschen ihnen freiwillig Hilfe anbieten sollen und fressen ihren Frust über die vermeintliche Lieblosigkeit oder Faulheit in sich hinein. Manchmal fragen sie sogar absichtlich nicht, um zu testen, ob der andere sie noch liebt. Allerhöchstens verstecken sie ihre Wünsche hinter Feststellungen oder Fragen, die sich auf den anderen beziehen. Und wenn der Partner den Wink mit dem Zaunfall nicht versteht, dann ist die Krise vorprogrammiert. Und da ist es sehr lustig gefunden, wie ich vorhin schon gesagt habe, es gibt immer auch so Beispiele wie Auszüge von Personen. Und da steht das Beispiel. Ein Ehepaar fährt eine längere Strecke auf der Autobahn. Sie sagt, da vorne kommt eine Raststätte. Hast du Hunger? Er antwortet nein und fährt an der Raststätte vorbei. Sie ist sauer, weil er keine Rücksicht auf ihre Bedürfnisse nimmt. Sie hat erwartet, dass er kombiniert, dass sie Hunger hat oder zumindest zurückfragt, ob sie denn eine Pause machen sollen. Und das ist eben ein klassisches Beispiel dafür. Also alles in allem habe ich jetzt da, glaube ich, das Buch die Basics eben vorgestellt. Ich finde, es ist ein sehr interessantes Buch. Es ist ein guter Einstieg, um mit dem Aufräumen zu beginnen. Weil für das Aufräumen muss man sich zeitfrei machen. Und das Buch behandelt die Themen also wirklich sehr gut. wie man sich Zeit schafft, wie man zu einem geregelten Familienalltag kommt, welche Maßnahmen es braucht und welche Kommunikation, dass es braucht, um sich dann wirklich das zu schaffen, wie man gerne sein Leben strukturieren möchte, um Zeit für sich zu schaffen. Und ausmisten, aufräumen ist natürlich ein großer Teil davon, weil wie schon eben vorgelesen, je mehr Besitz ich habe, umso schlechter wird das Gewissen praktisch und umso größer wird das schlechte Gewissen und dementsprechend arbeitet da die KonMari-Methode mit dem Buch, wie man eben seinen Familienalltag in den Griff kriegt, da wirklich gut Hand in Hand zusammen. Dementsprechend mein Buchvorschlag für dich. Das Buch habe ich übrigens in meiner Bibliothek verlinkt. Den Link findest du direkt unten in der Videobeschreibung. kannst du so reinschauen und schauen, welche Bücher ich noch sonst so gelesen habe. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat und für dich da was draus ziehen können, dann hast du auf alle Fälle einen Daumen nach oben-Button da. Bist du noch kein Abonnent, vergiss nicht unten auf Abonnieren zu klicken mit dem Glöckchen hinterher, denn es gibt jede Woche ein neues Video von mir. Und dann sage ich an dieser Stelle, Dankeschön fürs Zuschauen, vergiss nicht dir dein Leben so zu gestalten, wie du es dir wünschst. Adios, bis nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.